Hallihallo und herzlich willkommen liebe Leute schön dass ihr mit dabei seid. Okay hört mich jetzt gerade gar nicht so, vielleicht soll ich auch mal das Mikrofon ran holen. Hallihallo und herzlich willkommen liebe Leute schön dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge R-Case Projekt Nr. 1. Ja was ist eigentlich das R-Case genau? Und das ist hier diese, wie nennt man das Platine oder dieses Teil hier. Ja was kann dieses R-Case? Das ist eigentlich hauptsächlich dafür da um Signale in ein Spiel oder allgemein an den PC zu senden. Das bedeutet wenn man zum Beispiel ein Signalgeber wie zum Beispiel jetzt mal diesen Schalter hier betätigt kann man zum Beispiel in diesen R-Case eine Nummer oder Buchstabe irgendwas angeben was quasi dann gedrückt werden soll oder eingegeben werden soll wenn man den Schalter drückt. Soviel zur Theorie. Ich kann Sachen einfach nicht gut erklären. Ich glaube ich zeige es euch einfach mal was ich so meine und heute werden wir uns so langsam an dieses Thema rantasten. Ich habe sehr viele Videos geschaut und mich so ein bisschen schlau gemacht im Internet was man da alles so mit machen kann. Allerdings sehr viel Praxis habe ich damit noch nicht gehabt. Ja das werde ich dann mit euch gemeinsam ein bisschen erforschen. Aber schon mit dabei sind einmal Andreas, IKW, moin grüß dich Krypto, Andrea, Niklas, Jasko und Verox. Schön dass ihr mit dabei seid. Ähm genau und dieses Teil werden wir erstmal für einen Euro Truck Simulator erstellen und dann eventuell noch in anderen Bereichen erweitern. Aber ich glaube ich bin erstmal froh wenn ich so die ersten einfachsten Sachen hinkriege. Deswegen werden wir erstmal langsam anfangen. Ähm genau ich habe folgende Utensilien mir schon mal gekauft. Einmal dieses Arcaze das erstmal so 35 Euro kostet. Ich werde im Nachgang die ganzen Links für die ganzen Bauteile unten in die Videobeschreibung packen. Noch habe ich sie nicht drin aber wie gesagt wird in Zukunft kommen. Was habe ich noch gekauft? Einmal dieses kleine Teil hier. Ich bin gespannt ob ihr erraten könnt wofür das Teil da ist. Aber es ist ein ganz wichtiges Teil und äh ganz interessant. Mal schauen ob das so klappt. Wie ich mir das vorstelle. Dann haben wir einmal ganz cool, eine ganz coole Sache. Ein Zündschloss. In zwei Stellungen. Einmal quasi an, aus. Ähm habe ich auch noch so mehrere Ideen was wir damit noch anfangen können. Aber erstmal grundsätzlich ein Zündschloss. Dann haben wir vier Schalter. Einmal ein grün, einen blauen, einen orangenen und einen roten. Äh wenn dann können wir es ja auch gleich mal richtig machen. So. Ähm die sind auch alle quasi haben eine eigene ähm ja eine eigene Eigenschaft beziehungsweise eine Funktion. Der grüne wird für mich das Abblendlicht sein. Blau wird das Fernlicht sein. Orange für die Warnleuchten oben. Also rundum leuchten. Und rot für Warnlenker. Äh ja so wie es auch tatsächlich im echten Leben ist. Was habe ich noch gekauft. Ich glaube das beste hebe ich zum Schluss auf. Es ist leider auch noch nicht alles angekommen. Das hier liebe Leute ist äh 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 ein Zugschalter nennt es sich. Äh da werden wir später die Handbremse drauflegen. Das heißt quasi ziehen wir den Schalter. Ist die Handbremse aktiviert. Drücken wir drauf. Ist die Handbremse deaktiviert. Also nicht mehr gezogen. Habe ich äh bei Amazon zufällig gesehen. Dachte ich mir ja das musst du auch mit dem Warnkorb reinpacken. Andreas moin grüß dich. Und AWH Cleaner Body. Schön dass ihr mit dabei seid. Und liebe Leute. Das allerschönste. Was allerdings auch am allerschwierigsten sein wird. Ist ein CB Funkmikrofon. Ja haha. Und zwar ist das gar nicht mal so. Also das ist finde ich sehr hochwertig. Fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Ähm. Warte mal. Können wir jetzt mal hier. Also ich packe es mal aus. Ich schiebe mal das der Case ein bisschen weiter weg. Ich mache es hier erstmal schön auf dem Boden. Ähm. Das CB Funkmikrofon wird dann quasi auch mit angeschlossen. Und dann jedes Mal wenn ich dann diesen Scheider drücke wird X aktiviert. Das heißt ich kann quasi im CB Funk im ETS 2 Multiplayer mit euch kommunizieren. auf etwas ja ganz coole Art. Da kann ich mit Stani am Start. End und aus. Ja ne da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm. Ist halt die Frage ob das auch alles tatsächlich so äh kompatibel ist mit dem Arcade. Aber eigentlich ist eigentlich fast egal was man anbaut. Es ist nur wichtig quasi dass man Schalter hat mit an und aus. Solange man keine externe Stromquelle mit hinzufügen. Ähm. Genau. Dann haben wir noch einmal 3D Carbon Folie. Also Klebefolie äh besorgt. Wir werden natürlich das ganze auch noch schön verpacken. In ein ähm. Ja. Holz. Eine Holzkiste oder Kunststoff. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir das dann schön bekleben. Damit das auch alles äh einen schönen Eindruck hinterlässt. Ja und dann was habe ich noch bestellt. Achso genau. Äh. Einmal Kabel. Wie nennen die sich jetzt genau. Ah. So unter Breitbandkabel findet man die Dinge auch. Ähm. Ähm. Es sind 40 Polig. Also tatsächlich auch so wie so viel Steckplätze hat auch das Arcade. Also wir könnten 40 Signalgeber äh reinhauen. Aber wir haben jetzt quasi hier einmal Papa Mama. Papa Papa und Mama Mama Stücke. Äh. Ja. Die wir dann einfach ein bisschen verlängern können. War auch gleich mit dem Angebot. Deswegen habe ich mir auch gleich so ein Dreierpack geholt. Ja. Wo fangen wir denn eigentlich mal an? Olli guten Morgen. Grüß dich. Schön dass du mit dabei bist. Das war da bauen willst du. Gibt es auch fertig aufgebaut. Andrea stimmt. Es gibt es auch fertig aufgebaut. Aber ähm. Nicht gerade billig. Und äh. Nicht unbedingt genau so wie wir es wollen. Weil ich habe sehr viel Schalter verbaut. Oder ich will sehr viel Schalter verbauen. Und ich habe bisher noch gar keinen Taster. Also Taster muss ich natürlich auch noch besorgen. Habe ich irgendwie nicht so dran gedacht. Ich bin ja so der Schalterfreund. Aber ähm. Kriegen wir schon hin. Weil es gibt nämlich so ein paar Probleme die wir bewältigen müssen. Aber ich hab da auch schon so ein, zwei Ideen. Gerdau rüssig. Ja. Wo beginnen wir? Ich würde einfach mal sagen. Wir beginnen einfach mal beim Versuch. Und zwar habe ich schon mal etwas vorbereitet. Und zwar eigentlich dieses Zinschlosskopf mit diesem Schalter. Ähm. Mit diesem Stecker an. Ähm. Habe ich schon abgemacht. Das quasi hier die Kabelenden hier schon frei sind. Dann werden wir, was ich schon mal vorbereitet habe. Ah. Komm schon. Geh doch ab. Das mal verbinden und mal ausprobieren. Und das auch gleich live im ETS2 Multiplayer. Genau. Beginnen wir jetzt einfach mal. Und wir, ich zeige euch natürlich auch, wie man mit diesen Arcades, ähm. Also wie man das Arcades konfiguriert. Und äh. Ja. Quasi. Ja. Wie wir was aufbauen. Wie wir es konfigurieren. Und wie es dann auch im Spiel funktioniert. Also wir werden das heute alles ein bisschen provisorisch machen. Werden wir natürlich dann später auch noch vernünftig. Alles äh. Verkabeln und äh. Verbauen. So. Was wir erstmal machen. Äh. Äh. Ja. Wir stecken erstmal die Kabel an. Wir haben hier. Wir haben hier zwei in Reihen. Also einmal die Reihe. Das ist die Reihe A und die Reihe B. Und auf jeder Reihe sind äh. 20 ähm. Beziehungsweise 40 Stecker. Aber 40, äh. 20 Plätze. jeweils mit Plus und Minus. Was aber in der Schaltung nicht unbedingt wichtig ist. Weil letztendlich eigentlich dieser Schalter, dieser Drehschalter sag ich mal äh äh blockiert ja eigentlich nur noch die Spannung und überbrückt. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt? Quasi offener äh Stromkreislauf, geschlossener Stromkreislauf. Und mehr Zeit gibt es einfach nicht an. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, äh wie wir das äh äh bestecken. Weil ja. Es ist eigentlich relativ egal. Extreme Gamer. Moin grüß dich. Schön, dass du auch mit dabei bist. Äh. Genau. Jetzt werden wir das einfach mal kurz anstecken. Machen wir ruhig mal schwarz auf schwarz. Und weiß auf rot. Lassen wir erstmal einfach so liegen. So provisorisch. Und werden jetzt. Jason ist auch mit dabei. Grüß dich. Äh. Einmal das Arcade Config Tool öffnen. Natürlich zeige ich auch euch gleich mal wie das dann hier aussieht. Und zwar bitte nicht erschrecken liebe Leute. Zack. Sieht das so aus. Ähm. In diesem Tool hier. Jetzt sieht man nicht die Schildnachrichten. Sorry Leute. Aber das würde jetzt ein bisschen stören. Äh. Hier sind quasi die ganzen Makros schon. Drinne. Die, die im Arcade vorhanden sind. Sind bisher noch keine. Aber wir können ja neue anlegen. Und zwar machen wir das wie folgt. Wie machen wir das denn eigentlich noch mal? Tsh 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 tsh. Äh. Ach genau, hier einmal neuer Schalter und da werden wir jetzt die Zündung mal programmieren und zwar ist das auf A01, ja ist es sogar und hier werden wir dann einfach mal, jetzt kann man E drücken, haben wir gerade drauf gedrückt und hier erscheint jetzt Schritt 1E. Das heißt, wenn wir, machen wir auf Rising Edge, also das heißt, wenn man quasi den Stromkreis schließt, gibt er das Signal E raus. Jetzt werden wir mal, ich habe mal einen Tipp gegeben, einfach mal hier 20 und 40 einzutragen, das ist quasi die Einschaltdauer. Also hier die Einschaltdauer, also die Pulswelle, wie lange quasi, wenn ich den Schalter umschalte, wie lange E gedrückt bleibt und wie lange quasi, ja die Periode auch ist. Also das quasi, wenn man zu schnell und hinterher schaltet, würde der quasi, glaube ich, nicht schalten, oder? Oder würde er nicht doppelt schalten? Glaube ich. Allerdings bin ich da auch nicht so bewandt mit. Hier werden wir New Macro, nein, das hört sich blöd an, wir machen jetzt, wir geben jetzt einfach mal Start ein, also Motor starten quasi. Und das war es auch schon, das heißt, wenn wir jetzt quasi den Schlüssel umdrehen würden, würde er den Motor starten. Jetzt werden wir aber noch einen neuen Schalter hinzufügen und werden sagen, Falling Edge, das heißt, was passiert, wenn man den Stromkreis wieder unterbricht? Dann soll er nochmal E drücken, das heißt, damit der Motor wieder ausgeht. Jetzt werden wir hier wieder 20, 40 eingeben und werden hier eingeben. Motor aus, ach, könnten wir eigentlich ja auch Motor ein, Motor ausdrücken. Naja, also zumindest wissen wir erstmal ungefähr, ach ne, komm, das machen wir nochmal schnell, schreiben wir nochmal Motor hin. Motor, Motor starten. Das heißt, jetzt werden wir quasi Zündschlüssel umdrehen, er würde den Motor starten, drehen wir wieder zurück, würde der quasi den Motor ausmachen. Wir müssen jetzt aber auch erstmal die Konfiguration in RKS reinschreiben, das heißt, drücken wir drauf. Konfiguration wurde erfolgreich in das RKS-USB-Interface geschrieben, das heißt, jetzt könnten wir damit quasi arbeiten. Sprich mir eben wieder zurück. Jetzt muss ich erstmal gucken, was im Chat geschrieben worden ist. Einmal Marcel, grüß dich, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, ich baue auch so Sachen, aber eine Frage an dich. Wie nennt man das Bauteil, wo du gerade eingesteckt hast? Das ist das RKS-USB-Interface. Gibt es bei Solution, aber ich werde im Nachhinein das nochmal verlinken. Geil, das freut mich, dass du das machst. Geht das auch mit einem Trecker-Joystick von Fendt? Alles ist möglich, also hier kann man Potentiometer einbauen, Joysticks, also und, und, und. Also da gibt es echt eine Menge, allerdings kann ich euch noch nicht alles erzählen, weil ich habe bisher auch nicht wirklich viel Erfahrung mit dem Ding. Das ist ja eigentlich nur das, was ich von anderen bei YouTube so ein bisschen kennengelernt habe. Wie ein Modell war, wenn ich im Miniatur-Wunderland bin, spinnst du? Nein, Gnomi, das ist kein Modellbau. Das hat mit was ganz anderem zu tun. Aber der Gnomi ist im Modellbau-Miniatur-Wunderland in Hamburg. Und erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Und René, moin, grüß dich. Vielen Dank, soweit geht es mir gut. Luki, du brauchst mir auch eins. Du, kein Thema, es ist nur eine Frage der Kosten. Würde ich sogar machen, wenn du es bezahlst. Aber, jetzt gehen wir erstmal... Tja, jetzt, pass auf, genau, jetzt machen wir das erstmal. Äh, drücke ich mal Spielaufnahme. Gehen mal in den Euro Truck Simulator rein. Drücken jetzt mal auf Fahren. Und dann schauen wir gleich mal, ob das so funktioniert hat oder nicht. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Das heißt, wir werden jetzt... Achso, scheiße, war das... Doch. Ach, Mist. Jetzt haben wir falsch begonnen. Ach, jetzt habe ich auch... Okay. Also, jetzt habe ich den Motor angemacht. Warte mal, liebe Leute. Ne, das gefällt mir noch nicht ganz so. Scheiße. Also, einmal so. Doch, jetzt sind wir richtig. Aber, das Blöde ist... Pass auf. Uah. Jetzt werde ich nochmal eben... Ich... Oh, meine Herren, stand hier alles gut. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz... Spielaufnahme. Das machen wir nämlich jetzt erstmal ein bisschen kleiner. Damit ihr auch seht, was ich überhaupt genau mache. Wird auch sonst ein bisschen blöd. Also, ich habe nämlich auch gerade so ein kleines Problem entdeckt. Und zwar, wenn wir... Ich habe ja die realistische Motorzündung eingestellt. Das heißt, wenn wir einmal rüber... Also, die Zündung anmachen... Startet der den Motor noch nicht. Das ist natürlich so ein kleines Problem. Ich zeige es euch nochmal, was ich meine. Äh, genau. Jetzt bin ich quasi wieder hier im Multiplayer. Äh, Quatsch. Im Multiplayer im Eurotruck Simulator. Jetzt schalte ich ein. Aber er startet den Motor noch nicht. Wir könnten das theoretisch in der... Einstellung wieder rausnehmen. Dass er quasi, wenn man einmal E drückt, der Motor einfach anspringt. Äh, aber ich habe eine andere Idee. So, und das Ding ist, wenn wir jetzt wieder zurückschalten... ...startet der den Motor. Und dann haben wir wieder raus. Hi, R2D2. Grüß dich. Und Sachsenplayer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jetzt, was machen wir da? Wir müssen jetzt folgendermaßen vorgehen. Zack. Jetzt sind wir wieder in der Bildschirmaufnahme. Bei Motor Start müssen wir einmal bei Schritt einfach noch ein E hinzufügen. Und so, äh, gibt er quasi zweimal hintereinander das E beim Start des Motors. Und hier können wir vielleicht mal sagen, äh, der soll die Pulsdauer einfach mal auf 100 machen. So dauert es quasi, hoffe ich länger, dass er den Motor startet. Das heißt, wir drücken, starten einmal. Und so nach 100 Millisekunden, äh, quasi drückt er nochmal das E und der Motor startet. Also das ist jetzt quasi die Theorie. Ach, scheiße, äh, warte mal. Configure verbänden, sichern. No. Weil manchmal muss man tatsächlich das nochmal neu starten. Upsala. A case lesen. So, genau. Und kann ich das dann, nee, genau. Kann dann wieder neu schreiben. Ja, manchmal, äh, hat das Programm irgendwie so ein kleines Problem, dass der quasi das A case nicht mehr erkennt oder nicht mehr beschreiben kann. Ich weiß nicht, wieso. So, jetzt beschreiben wir das neu. Immer nicht vergessen, das auch wieder neu zu beschreiben. So, und jetzt gehen wir, das gucke ich erst mal wieder nach den Nachrichten. Linus, vielen Dank. Mir geht es soweit gut. Kann ich klagen. Da gibt es nur auf dem Land. Ich höre einen Trecker springen und, äh, um zu schauen, wer vorbeifährt. Verstehe ich nicht ganz. Brick, moin, grüß dich. So, jetzt gehen wir erst mal wieder in das Spiel hinein. Und gucken. Ach, da ist es. Äh. Äh, das ist ein bisschen verwirrt. Ach so, ah, okay, ja, jetzt weiß ich wieso. Weil ich noch die Bildschirmaufnahme drin habe. So, so sollte es natürlich nicht sein. Genau. So, jetzt sind wir hier drinnen. Das ist noch verbunden. So, und jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. So, wenn wir jetzt den Motor starten, springt der Motor an. Ach, ist das nicht toll? Ach, scheiße. Ja, okay, jetzt, was das blöde ist, ähm, hab das ein bisschen überbrückt gerade. So, jetzt ist er wieder aus. Und der Motor springt wieder an. Ach, ist das nicht toll? Haha, ja, ich bin ja gerade so ein bisschen glücklich. Ähm, na gut, nur das blöde ist, wenn die Kontakte hier zusammenkommen, ähm, tja, dann müssen wir das auf jeden Fall ein bisschen besser lösen. So, jetzt gehe ich mal wieder raus. So. Einmal Spielaufnahme wieder schließen. Mach doch eine Verlosung von so einer Buttonbox. Also, ähm, so vom Preis her, ne, also das ist gar nicht mal so billig. Also das Arcaze kostet an sich, äh, 35 Euro. Zumindest habe ich das für 35 Euro gekauft letzte Woche. Ähm, und sage ich mal, der, äh, das Hinschloss hier kostet so 12 Euro und, und, und. Also mein Einkaufswarenwert war bei 80 Euro. Also so 120 Euro habe ich bisher ungefähr für die Sachen bisher ausgegeben. Und natürlich kommt jetzt noch die Box dazu. Also ich schätze mal so um die 150 bis 200 Euro werden wir insgesamt wahrscheinlich in dieses Gerät reinstecken. Und das Ding einfach mal zu verlosen. Äh, leider, leider scheiße ich noch kein Geld. Noch nicht. Aber kann ja noch passiert. Äh, ich würde jetzt einfach mal mit euch, äh, einfach mal. Ja, sichern wir mal das Ganze. Speichern. Jawohl. Ähm, das Ding einfach mal verdrahten. Und, äh, damit wir eigentlich einfach schon mal was haben, einfach irgendwas schon mal fertig haben. Das heißt, ich ziehe das hier einfach schon mal raus. Und, theoretisch könnten wir das dann einfach mal verlöten. Mit den Stecker hier. Machen wir auch dann schön Schrumpfschläuche drüber. Und so hätten wir dann eigentlich, jetzt mache ich mal eben nochmal das Gerät hier an. Ich hoffe, hier fliegt keine Sicherung raus. Weil ich habe sehr viele Geräte gerade und andere, äh, äh, im Büro quasi einstecken. Von Lichter über Computer. Jetzt auch noch mein, äh, Lötkolben. So, Lötzim brauchen wir dann auch gleich. Und Schrumpfschläuche. Marginan, grüß dich. Ja, das ist halt zu viel Geld. Allerdings habe ich mal geguckt, es gibt so eine Buttonbox von so einem Amerikaner. Äh, bei dem habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen. Äh, der will knapp 300 Dollar für eine, ähm, für so eine Box. Allerdings, wenn man zum Beispiel nur noch das Arcaze mit vier, äh, äh, Druck, äh, äh, Taster einbaut. Sag ich mal, da kann man bei 50 Euro rauskommen. Also, wenn man es ganz günstig machen will. So, jetzt werde ich nochmal gucken, was brauchen wir für Schrumpfschläuche, um das auch rüber zu bekommen. Ja, reicht vielleicht noch eine Nummer kleiner. Ja, die rechnen ja völlig aus. Das Ding können wir halbieren. Wow, vielen, vielen Dank. Oh, was, wer war denn das? Ach. Lovered Industries, vielen Dank für dein Abo. Herzlichen Dank. Schön, dass du auch mit dabei bist. Ähm, ja liebe Leute, ich weiß nicht, was ihr von dem Projekt haltet. Also, ich habe da schon so ein bisschen Bock drauf. Also, wenn er, wenn er sagt, ey, nee, ich schaue mir das eh nicht an, interessiert mich nicht so wirklich. Ähm, hab da leider Pech gehabt. Ich mache es trotzdem. Äh, äh, das ist das Arcaze, äh, Marcel. So, jetzt muss ich mal das Mikrofon mal gucken. Ja, damit ich, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu laut oder nicht zu leise. Wenn, einfach mal meckern. Achso, nee, genau das könnten wir eigentlich. Entschuldigung. Eigentlich mal einmal durchschneiden. Gut, dass ich alles am Arbeitsplatz habe. So einen langen Schrumpfschlauch brauchen wir doch nicht. Dann ziehen wir einfach mal hier rüber. Weil das ist, was ich immer ganz gerne mal vergesse. Moritz, herzlichen Dank für dein Abo. Dankeschön. Ach, naja, das ist doch vielleicht ein bisschen knapp. Ich vergesse immer mal wieder ganz gerne, äh, Schrumpfschläuche überzuziehen. Das ist blöd, wenn man das dann im Nachhinein machen muss. Weil, ja, dann ist es nämlich schon verliotet. Dass mir da mal im Modellballstream mal passiert, das war mir ein bisschen unangenehm. Ich muss sie ehrlich sagen. Hoffentlich kriegen wir die gleich auch wieder zurückgezogen. Sabi, moin, grüß dich. Westside Body, ist schön, dass ihr mit dabei seid. Oder du. Nico, moin, grüß dich. Wo hast du das her? Ich packe den Link anschließend in die Videobeschreibung. So, das ist hier. Ich hoffe. Ach, das machen wir. Machen wir das gleich ganz schön. Oh, ich habe schon lange nicht mehr gelötet. Jetzt muss ich auch erst mal wieder reinkommen. Ist das schon warm genug? Müssen wir gleich mal ausprobieren. Nico, herzlichen Dank für dein Abo. Dankeschön. Nee, ist noch nicht warm genug. Also, ich habe das Gerät auf 350 Grad eingestellt. Sollte auf jeden Fall eigentlich warm genug sein. Dauert halt mal ein bisschen. Brainshit, grüß dich. Wie geht's dir? Vielen Dank. Ja, ich kann nicht klagen. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, was das Projekt ja angeht. Aber, wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf, wenn das Ding dann auch tatsächlich laufen sollte. Was jetzt laufen sollte, das wird laufen. Da bin ich ziemlich sicher. Ach Mist, ja, das... Ich hätte vielleicht mein eines Geräts... Ah, nee, das geht ja auch so. Warte mal, das können wir doch hier drunter halten. Aber nicht sieht man so ungefähr, was ich hier mache. Ja, und das war's auch schon. Ey, geh weg. Ja. So. Und schon ist das hier verlötet. Ging eigentlich relativ schnell und einfach. So, jetzt müssen wir gucken. Doch, den Stromschlauch kriegen wir doch noch rüber. Sehr schön. So. Und jetzt machen wir das gleiche und dann machen wir noch mal auf der anderen Seite. Und dann werden wir das gleich nochmal wirklich probieren, bevor wir weitermachen. Und dann gehen wir nämlich gleich mal in die Schalter und an das CB-Funk, ob das auch so weit funktioniert. Kann man das Hitschloss auch für LS17 benutzen? Ja, kann man auch benutzen, tatsächlich. Also, es gibt auch verschiedene Konfigurationen, die man einstellen kann. Zum Beispiel, sagst du, ich möchte das jetzt für LS17 nutzen. Kannst du das H-Case dann so beschreiben. Oder, weil zum Beispiel jetzt mit dieser Doppel-E-Bedrückung ist das vielleicht ein bisschen schlecht für einen LS17. Aber, man kann ja wieder das quasi umkehren. Pika, moin, grüß dich. Mahlzeit. Morgen, einhornfischtorm1000. Grüß dich. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Stani, jetzt kommen gleich wieder deine Fähigkeiten wieder hier zur. Erstmal packe ich das Ding wieder zurück, weil ich weiß, dass ich mich gleich verbrennen werde, wenn ich nicht weiter damit rumspiele. Ist ja bisher nur ein paar Mal passiert. Was soll denn alles funktionieren mit der Box in der TS2? Genau, das wäre vielleicht auch mal eine Sache, die ich mal erwähnen hätte sollen. Also einmal Motorstart durchs Zündschloss, dann Handbremse durch den Zugschalter, dann alle Lichtfunktionen über die Kippschalter. Und dann habe ich nochmal 20 so einen kleinen Kippschalter bestellt. Die brauchen aber noch bis Anfang Februar, bis sie ankommen. Die kommen aus China. Wo ich dann andere Sachen zum Beispiel schalten kann, wie Schalmwischer, wie, was hat man denn noch so für eine Funktion, die man darüber abwälzen kann, wie die Liftachse anheben und ähnliches. Allerdings bin ich noch im Überlegen, ob ich diese Stahlkippschalte, wo man einfach so hochkippen kann, auch noch einbaue, weil die Dinger sind nämlich ein bisschen schöner für den LS17. Aber tatsächlich, also man hat halt viele Optionen. Also letztendlich, eigentlich alles kann man machen. Also man kann machen, was man will, sage ich mal. So. Wisst ihr, dass ich mal so blöd war und dieser Schwamm, der hier drin ist, mal nicht befeuchtet habe, sondern tatsächlich versucht habe, die Sachen darauf trocken abzuwischen? Ja, tja, tatsächlich, war mal so blöd. Moin AFER, grüß dich. Und wann packst du das R-Case in die Beschreibung oder in den Chat? Nach dem Stream. Also nach dem Stream werde ich erstmal vom R-Case den Link reinpacken und anschließend, also erst, sage ich mal, relativ zum Schluss erst die Bauteile, die wir verbaut haben in die Beschreibung. Weil ich mir noch bei vielen Dingen noch nicht so sicher bin, ob das wirklich gute Teile sind. Weil zum Beispiel beim Schloss, das funktioniert jetzt, nur wie lange funktioniert es, ist halt die Frage, nicht, dass ich noch Sachen in die Beschreibung packe, die total Schrott sind. Also, weil ich will euch ja irgendwie keinen Scheiß andrehen. Ähm. Darum muss ich da erstmal ein bisschen abwarten. Also das R-Case, ja, das werde ich auf jeden Fall reinpacken. So, jetzt werden wir das nochmal ein bisschen erhitzen. Damit der Schrumpfschlauch sein Werk tut. Allerdings brauchen wir das nicht so ganz doll zusammen zu schrumpfen, weil ich meine, da kann eigentlich nichts mehr passieren. So, schon haben wir es verlötet. Jetzt werden wir die nochmal zusammenstecken und gleich nochmal in den Eurochug-Simulator und nochmal gucken, ob das noch alles so funktioniert, wie es eben gerade funktioniert hat. Jetzt müssen wir nochmal, genau, einmal hier. Wie gesagt, die, 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 ähm, ob man jetzt Plus und Minus zusammensteckt, das ist, solange keine externe Stromquellen draufkommen, völlig egal. Also das ist halt wirklich einfach. Achso, huch, das ist ja schon leicht verknickt. Habe ich denn das geschafft? Ob ich auch diese Leitung ja tatsächlich weiter so nutze, weiß ich auch noch nicht ganz genau, muss ich mal schauen. So, jetzt gehen wir nochmal in den, in die Spielaufnahme. Zack, jetzt sind wir hier wieder im Spiel drin. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Ach Mist, das ist jetzt blöd. Das ist blöd. Warte mal, genau, jetzt, wir können uns ja noch mit E behelfen. Also, einerseits kann man natürlich noch mit der Tastatur arbeiten, aber das will ich ja später nicht mehr machen. Das heißt, das Ding wird später in dieser Box sitzen. Und dann, Zack, starten wir den Motor, können quasi losfahren und machen den Motor wieder aus. Oh, ich könnte das die ganze Zeit machen. Das macht mir jetzt schon so Spaß. So, genau, ich würde sagen, das belassen wir jetzt auch erstmal. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Jetzt werde ich mal anfangen mit der Handbremse. Also, ich würde so ein paar Dinge mit euch schon heute mal ausprobieren und ein bisschen verlöten. Ich würde das, äh, den Stream heute circa eine Stunde machen. Äh, oder dreiviertel Stunde, Stunde ungefähr. Ähm, wenn wir dann etwas nicht schaffen, machen wir halt beim nächsten Mal weiter. Das kriegen wir alles hin. Äh, das Arcade an sich... Äh, jetzt habe ich gerade gar nicht die Beschreibung hier. Kann ich dir gar nicht genau sagen, liebe Leute, wie viel Volt das Arcade tatsächlich hat. Letztendlich wird es nur aus dem USB gespeist. Ähm, deswegen, also viel Saft ist da wirklich nicht drauf. Es sind ja auch wirklich nur Signale, die dort, äh, durchgehen. Also, man kann zum Beispiel bei den Schaltern hier, wird leider keine, äh, Lampe leuchten. Zumindest noch nicht. Das werden wir dann im Anschluss erst machen. Äh, dann werden wir auch, ähm, wenn wir quasi die Box erstmal soweit fahrtüchtig haben und die funktioniert, werden wir anschließend erst, äh, irgendwann, wenn ich dann soweit Zeit habe und alles, äh, auch die Lampen aktivieren. Das heißt, wenn wir anschalten, wird die Lampe leuchten. Aber erstmal noch nicht. Erstmal werden wir mit anderen Dingen weitermachen. Das machen wir als nächstes. Liebe Leute, wollen wir erstmal mit der Handbremse weitermachen? Ja, ne, komm. Machen wir erstmal das Ding soweit fit, dass es losfahren kann. Hier müssen wir dann nur ein bisschen drauf achten, wann der Schalter bedämpft ist. Aber eigentlich auch relativ egal, weil ich werde auf beides quasi, ich denke mal die Leertaste setzen. Das ist, glaube ich, die Standardbelegung bei, ähm, beim ETS. So, jetzt muss ich mir das Arcase mal wieder ein bisschen näher ranholen, damit ich was erkenne. Dann werden wir mal auf Position 2 stecken. Und das Schöne ist halt, es ist wirklich, spielen einfach das Ding. Ähm, das war mir ein bisschen wichtig. Es gibt auch andere USB-Interface, mit denen man arbeiten kann. Ähm, allerdings habe ich ganz oft gelesen, dass einfach, dass Arcase sehr viel Möglichkeiten hat und halt sehr relativ einfach ist. So, dafür müssen wir jetzt aber auch erstmal das Arcase wieder starten. Also das Config-Tool. Jetzt werden wir erstmal lesen, was bisher da drin ist. Ach, ihr seht es ja gerade gar nicht. Ich mache mal eben wieder die Bildschirmaufnahme. Ich denke mal, die Box wird mit 5 Volt betrieben via USB. Ja, dann, ja genau, 5 Volt wird es sein. Kann man auch ein Zinsschloss, ähm, äh, von einem Auto nehmen. Ja, Nico, das ist halt so ein bisschen die Frage. Eigentlich möglich, weil du hast ja im Zinsschloss hinten viele Ausgänge. Für zum Beispiel Standlicht. Du könntest zum Beispiel das so einstellen, dass wenn du dein Zinsschloss anmachst, quasi dein Standlicht beim LKW auch mit angeht. Und dann quasi LKW gestartet wird. Also, ich denke, alles ist möglich. Also, ähm, es gibt ja glaube ich kaum Sachen, die nicht möglich sind. So, jetzt werde ich erstmal wieder ein bisschen... Achso, ich werde nochmal... Also ich habe jetzt gerade, nur damit ihr das seht, quasi jetzt hier oben die zwei Kontakte von dem Zugschalter einfach mal angeklemmt. Oder einfach nur draufgelegt. Mehr muss man erstmal gar nicht machen. Und werde jetzt ein... neue Schalter belegen. Und zwar wird das auf A02 sein. Und werde dort... Achso, warte mal, repeat. Ne, genau, dann wird er quasi in Dauerschleife. Das heißt, wenn du den Schalter ziehst, wird er die ganze Zeit in diesen... Nach der Periodendauer immer wieder das Signal geben. Das heißt, zum Beispiel ziehen wir, legen wir auf die Leertaste, würde er alle 10 Millisekunden quasi das Signal geben. Leertaste, 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 Leertaste. So würde quasi der LKW ganz schön rumspinnen. So machen wir wieder auf Rising Edge. Wer denn Schritt... Achso, Leert... Space. Also man muss dann sich diese Tastatur... Ach scheiße, jetzt seht ihr das gar nicht. Oh. Nochmal wiederholen. Ich habe jetzt hier auf A02 gedrückt. Rising Edge. Vorher war das auf Repeat eingestellt. So. Und jetzt hier auf Schritt Space gedrückt. Das heißt quasi Handbremse aktiviert. So. Jetzt werden wir quasi... Wieder die Periodendauer. Machen wir wieder 2040. Oh, nicht 2040. Und hier machen wir... Nennen es... Handbremse... An. So, das kopiere ich mir. Vielleicht würde ich nicht wieder so viel schreiben muss. Drücken OK. Schon wäre das quasi drinnen. Sagen nochmal neuen Schalter. Und setzen wir wieder auf A02. Diesmal aber Falling Edge. Also das heißt, wenn da quasi... Der Kontakt unterbrochen wird. Machen wir wieder 40. Schritt... Space. Einfügen. Und nennen es aus. So. Das war es eigentlich schon. Jetzt müssen wir nur noch wieder das... OKs schreiben. Wurde erfolgreich beschrieben. Das ist schon mal schön. Werden wir auch wieder abspeichern. Achso. Das könnten wir eigentlich überschreiben. Ja. Und wer denn das gleich mal im... Spiele-Modus mal ausprobieren. Und zwar... Wie das jetzt funktioniert... Ups. Ob das jetzt funktioniert hat. Einfach Impuls reicht. Also tatsächlich. Also jetzt machen wir erst mal den Motor an. Zack. Jetzt sehen wir, die Handbremse ist noch bedient. Hier. Und jetzt werden wir einfach mal... Die rein drücken. Zack. Ist die Handbremse gelöst. Haha. Ziehen wir an. Handbremse gezogen. Handbremse gelöst. Handbremse gezogen. Handbremse gelöst. Und so einfach ist das, liebe Leute. Also es ist eigentlich wirklich scheißegal. Hauptsache man hat ein Signal. Oder ein Stromkreis ist geöffnet oder geschlossen. Und das war es dann. Also es ist spielend einfach. Und sag ich mal jetzt für Motor, Start und Handbremse. Gut. Das Ding. Ich glaube der Schalter hat 3-4 Euro gekostet. Das Hinschloss 10. Sag ich mal 15 Euro. Plus 35. Gut. Jetzt sind wir jetzt bei 50 Euro für eine kleine Spielerei. Aber es gibt jetzt noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt noch machen. machen werden. Wir werden gleich das Ding hier auch löten. Zack. Gehen wir erstmal wieder raus aus dem Spiel. Genau. Enden PvP. Moin grüß dich. So. Verlöten wir auch so, wie es momentan drauf ist. Machen wir von hier und da. Können wir uns das merken. Nö. Geben wir erstmal wieder ein bisschen Zinn drauf. Klingt das ja gerade relativ einfach. Obwohl ich halt echt. Ich habe das letzte Mal ein Modell-Wall-Stream gelötet. Und davor war das das mein erstes Mal, das ich gelötet habe. Ich sollte vielleicht auch irgendwas drunter legen. Äh, falls mir das auf den Schreibtisch kleckert, die Suppe. Weil das wäre nicht so schön. Moin Costa, grüß dich. Und Colin ist mit dabei. Habe ich was verpasst? Äh, mehr oder weniger. So, jetzt werden wir wieder unten drunter gehen. Und die... Ach, liebe Leute, seht ihr. Wow, fast habe ich es wieder verpasst. Fast wieder vergessen. Schrumpfschläuche, obwohl das jetzt bei dem... Ach, bei dem werde ich die Kontakte nicht berühren. Oder? Ach, trotzdem. Legen wir trotzdem Schrumpfschläuche drüber. Ich meine, es kann ja nicht schaden. Upsala. Die Breit müssen ja ausfallen. Na, die reichen. So, schneiden wir wieder zu. Das sieht dann ja auch noch schick aus. Hey, roll nicht weg. So, müssen wir die noch ein bisschen spreizen, damit wir die rüber bekommen. Und erhitzen. Also, ein Pool für ein und aus und der zweite für Licht. Ist drunter, genau. Also, das quasi hier unten wäre quasi dann ein Licht. Also, für die LED, die da drin ist. Allerdings sind die alle unterschiedlich. Da braucht man alle unterschiedliche Spannungen. Von 12 bis 240 Volt. Habe ich entdecken können. Ich muss mal gucken, was ich wirklich draus mache. Was wirklich reicht. Das heißt, hier oben ist, glaube ich, Ground, also Erdungskabel. Das heißt, man müsste die quasi dann berücken. Nur das ist halt da, wo es dann so ein bisschen gefährlich wird. Man könnte auch über Relais arbeiten. Aber, ja, deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht machen wir auch externe Leuchten. Das heißt quasi, wenn die Handbremse belegt ist, über ein Relais machen wir dann vielleicht eine externe Beleuchtung quasi in einer Anzeige. Das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber letztendlich, momentan sieht man es halt im ETS. Und das würde ich erstmal so belassen. Zumindest, solange mir das reicht. Mir wird ja manchmal schnell langweilig. Irgendwann wird es immer das erste Mal richtig. Das stimmt. So, machen wir das so. So. So, das war jetzt relativ einfach. Wenn das nicht nur einfach war, sondern sogar noch schön aussieht, dann bin ich immer ganz begeistert. Leider sieht er jetzt gerade mal gar nicht so viel. Aber ich mache das gerade ganz professionell. Oh, manchmal bin ich echt ein bisschen selbstverliebt, ne? Also nicht selbstverliebt, aber manchmal echt überzeugt von dem, was ich da mache. Sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön? Also liebe Leute, ihr könnt das wahrscheinlich alles viel besser. Weil ich bin ja wirklich überhaupt nicht so ein Pro drin. Schade, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Aber okay. So, jetzt werden wir auch nur ganz leicht das anfeuern. Ich will ja meinen Schalter nämlich nicht abfackeln. Nur, dass er nicht von alleine runterrutscht. Liebe Leute, macht das ruhig bitte mit einem Heißluftfön oder sowas. Das ist wirklich nicht so professionell, wie ich das hier gerade mache. Liebe Leute, gerade die jüngeren Zuschauer bitte nicht als Vorbild nehmen. Ach, Mist, ich wollte das ja eigentlich gar nicht drin stecken lassen, weil jetzt, naja gut. Weil ich ziehe das immer lieber gerne ab, bevor ich sowas verlöte. Man weiß ja nie. Für mich ist das alles schwarze Magie, alles was mit Strom und so weiter zu tun hat. Aber manchmal muss ich mich einfach rantrauen. Tresor, moin, grüß dich. Schade, kein Actros, leider nicht. Heute leider nicht. Ich warte noch auf Teile, die kommen müssen. Eigentlich hätten sie schon längst kommen müssen. Ich habe vorletzte Woche bestellt. Ne, genau. Ne, das Problem ist, die hatten bis zum 7. Januar Betriebsferien. Und ja, danach fangen sie erst alles an. PK ist Elektriker. Falls du eine Frage hast, raus damit. Ja, da kommen ja wahrscheinlich noch viele Fragen. Aber Gott sei Dank ist das momentan auch so, dass selbst ich das verstehe. Aber du kannst ruhig irgendwas erwähnen, falls ich irgendwas richtig brutal falsch mache. Genau, macht das zum Beispiel was aus, wenn ich jetzt das hier drin stecken lasse und irgendwas löte? Eigentlich nicht, ne? Weil der Lötkolben wird ja eigentlich nur durch den elektrischen Widerstand erhitzt und dadurch fließt eigentlich unbedingt die Strom durch. Deswegen, wenn man es anfasst, wird es einfach nur heiß. Gute Idee, was du da machst. Werde auch bauen. Sehr schön. Kannst du mal die Box zeigen, wo das alles reinkommt? Ne, die müssen wir noch bauen. Also die bauen wir später aus Holz. Erstmal kümmere ich mich um die Sachen, von denen ich gar keine Ahnung habe. Und später das bauen, sage ich mal, davon hätte ich ja so ein bisschen mehr Ahnung. So, jetzt gehen wir erstmal wieder in das Spiel rein. Spielaufnahme ist drin. Und gucken, ob das noch alles so funktioniert. Bremse ziehen. Ziehen. Haben wir. Bremse. Loslassen. Funktioniert. Bremse ziehen. Loslassen. Ziehen. Loslassen. Ziehen. Ich könnte das den ganzen Tag machen, ne? Machen wir aber auch mal eben den Motor aus. Brauchen wir ja nicht die ganze Zeit laufen zu lassen. Und ziehen wir mal die Handbremse. Nicht, dass wir noch wegräunen. Hey, das macht jetzt schon Spaß. Oh, Leute, Leute, Leute. Das wird witzig. Besser immer vorher abstecken, wegen Elektronik. Hast du recht, gerade so was mit Platinen und so weiter angeht. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal auch. Womit machen wir jetzt nächstes weiter? Ich würde sagen, ich zeige euch aus jeder Kategorie jetzt einfach mal einen Schalter. Ich würde sagen, machen wir gleich mal das Abblendlicht. Weil das ist nämlich auch noch so ein Thema. Weil die Leute, die ETS2 kennen und damit zocken, ist ja auch das Problem, dass wenn du dein Licht anmachst, ist erst das Tag verlicht an. Und du musst nochmal drücken, um dein Licht dann tatsächlich, also dein Abblendlicht anzumachen. Und das heißt, hier müssen wir wieder doppelt schalten. Und dann ist alles wieder gut. Plus auf Minus und Minus auf Plus. Dann, da hast du Spaß. Ja, danke, schön. Aber allerdings ist das hier bei dem Gott sei Dank auch kein Problem. Also das ist wirklich so. Bei denen ist jetzt nur das Problem. Bei den Schaltern hier, ihr seht da quasi hinten vier Kontakte. Das Problem ist, zwei davon ist für das Licht und zwei davon ist für den Schalter, also für das Signal. Und ich finde bisher keinerlei Schaltpläne oder irgendwas für den Schalter. Gibt es da irgendeine Möglichkeit herauszufinden, was für was ist? Weil nämlich eins ist halt für das Licht, was hier oben dann eigentlich leuchten sollte und das andere für das Signal. Und ich weiß, dass das Ding mit mehr Spannung betrieben wird. Und ich glaube nicht, dass dieses kleine Lämpchen, diese LED, die da drin ist, viel Spannung braucht. Wo kriegt man günstig viele Schalter? Also bei Amazon habe ich jetzt tatsächlich die ganzen Teile bestellt. Es gibt aber auch bei Konrad und ähnliches Möglichkeiten. Zwei Stufen Schalter kaufen. Ja, nee, zwei Stufen Schalter, das ist nämlich das Problem. Hast du zwei Stufen Schalter, ist es so, dass du zum Beispiel, sagen wir mal, auf L ist, glaube ich, Licht. Tippst du auf die eine Stufe, sage ich mal, in der Mitte ist neutral, drückst du, sagen wir mal, wir sind jetzt neutral. Drückst du L, ist es quasi Tagfahrlicht an, drückst du rüber, fährst du quasi, drückst du quasi nochmal dasselbe Signal, nochmal L, hast du quasi dein Abblendlicht an. Aber das Problem ist, sobald du deine Spannung abfällst, schaltet der ja wieder, oder? Nee. Warte mal, du kannst da recht haben. Nee, das Problem ist, du bräuchtest dann eventuell einen Drei-Stufen-Schalter, weil du musst dir dem wieder das Signal geben, dass er ausschalten soll. Und das, du kannst, also ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, also es sollte eigentlich nicht funktionieren. Also ich habe mir, gestern Abend habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe so viele Sachen durchgeguckt. Es funktioniert, also ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden. Also aus, ein Standlicht, ein, zwei, also genau, aus, klar, eins, Standlicht, zwei, Fahrlicht. Könnte man aber auch nur machen, wenn man die mit unterschiedlichen Tastenbefehlen laufen lassen könnte. So leider nicht. Aber werden wir mal weitermachen. Wenn wir mal wieder aus das Spiel rausgehen, aus das Spiel rausgehen, ja, Schanier, genau. Und werden mal, warte mal, wir können es ja gleich mal anhand des Config-Tools mal veranschaulichen. Jetzt werde ich mir erstmal wieder ein paar Litzen hier zusammenbauen. Was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal Orange-Gelb. Klar, man könnte das alles beisammen lassen, aber ich ziehe es mir jetzt ab und es mir einfach einfach zu machen. Später werde ich die einfach dann wieder zusammenstropsen. Nennt man das immer noch so? Ich weiß es gar nicht. Man hätte auch gleich längere bestellen können, aber ich finde es halt so schön, dass man, also theoretisch auch dreimal Mama, Papa kaufen können. Ja, im Nachhinein dachte ich mir, hm, wieso hast du das denn so gemacht? Aber, naja, jetzt ist es halt so. So, jetzt werden wir einfach das Ding wieder erstmal anstecken. Also, liebe Leute, wie gesagt, ich bin, was, was, alles, was mit Elektrik zu tun hat, ein purer Anfänger, purer, also, ähm, amateur, so kann man es eigentlich nennen. Äh, deswegen, es gibt wahrscheinlich auch andere Bezeichnungen außer Mama und Papa, aber, ähm, ist okay. Stande, herzlichen Dank auch für dein Abbruch, vielen Dank, schön, dass du mit dabei bist. Regenbogen, mor, äh, nein, neun? Luca, moin, grüß dich. Lass die Werbung der Spam, achso, ja, nein, das ist ja, äh, ja, den habe ich so eingestellt, müsste ich vielleicht mal ein bisschen wieder, äh, runterschalten. Ist vielleicht ein bisschen zu viel. So, genau, also, jetzt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wo ich was anschließen soll, deswegen werde ich jetzt einfach mal die oberen, äh, ähm, Kontakte nehmen. Ich werde die einfach mal hier so reinschieben, hey, das funktioniert sogar ganz gut, hält sogar auch erstmal. So, wenn das hier erstmal wieder verbinden und erstmal gucken, ob das funktioniert, danach wieder abziehen und dann verlöten, liebe Leute, erinnert mich bloß dran, nicht, dass ich wieder das Ding verlöte, während ich das angesteckt habe. Wurde mir nämlich gesagt, dass man das vorsichtshalber halt machen sollte, also das abziehen. Oder nicht den eingesteckten Zustand löten. So, wir haben jetzt momentan, so, so soll er dann auch sein, ist auch momentan aus. In der Regel heißt es Männchen und Weibchen. Ja, aber Mama und Papa klingt doch irgendwie ein bisschen cooler, oder? Alles klar, Logi, viel Spaß. So, wenn wir, genau, wenn wir jetzt mal, äh, wieder in die Bildschirmaufnahme, ne, noch nicht, sorry. Erstmal mal das Programm starten. So, USB-Case auslesen. Gehen wir mal wieder hier rein. Ich denke mal, oben links und unten links ist ein Schaltbefehl und oben rechts und unten rechts der zweite. Meinst du so? Wir können es mal ausprobieren. Ich stecke jetzt mal, äh, oben rechts und unten rechts an. Mal schauen, was er da, äh, was er da für uns macht. Jetzt werden wir wieder neuen Schalter hinzufügen. A03. Und werden Falling, äh, Rising Edge nehmen. Taste, äh, ist das L oder F? Ist das, äh, was war nochmal? Könnt ihr mir weiterhelfen, liebe Leute, bei ETS 2, wo Licht angeht? Na komm, ach, gehen wir mal selber einfach mal ganz kurz rein. Äh, achso, nicht wundern. Achso, ihr seht ja gerade, was ich hier mache. Das ist doch schön. Äh, ach ja, ich habe meine Bildschirmaufnahme noch an. Tastung, Knöpfe, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wo ist Licht? Linker, Lichtmodus L, tatsächlich. Äh, Warmlingeranlage ist F. Das können wir später auch noch gut gebrauchen. Äh, jetzt seht ihr, was ich eigentlich euch nicht zeigen wollte. Bin Taskmanager. Egal. So, also werden wir quasi Schritt L machen. Aber das Problem, dadurch, dass der quasi nur die Lichtmodis durchschaltet, das heißt, er ist Tagfahrlichter. Nach Abblendlicht müssen wir nochmal L eingehen. Äh, und das machen wir wieder in einem etwas längeren Puls. Äh, warte mal, genau, 20, äh, 200 Millisekunden sind das ja eigentlich dann. Und das soll da, das soll da dann 100 Millisekunden. Und hier machen wir mal Licht an. Licht an. Kopieren. Und das wär's dann eigentlich schon. Und dann müssen wir quasi nochmal neuen Schalter, äh, quasi neue, äh, ja, neuen Schalter konfigurieren. Licht aus. A03. Schritt L. Der soll dann auch wieder nur einen Impuls von L bekommen, dass er sein Licht wieder ausmacht. So, 20, 40, und dat war das auch schon wieder, ne, also, USB, beschreiben, erfolgreich beschrieben. Schließen wir das Ding? Konfiguration, ja komm, speichern wir das lieber wieder nochmal. Man weiß ja nie. Ey, muss ich nicht sagen, ach, da schreiben sie es alle rein, vielen Dank. Ähm... Achso, müssen wir gleich mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Äh, das probieren wir gleich mal aus. Ähm, ansonsten, äh, Multimeter vorher anschließen und auf Durchgang testen. Habe ich jetzt gerade leider nicht parat, aber klar, natürlich, könnte man natürlich machen. Äh, das wäre vielleicht mal schlauer, das nächste Mal mit dabei zu haben, wenn man sowas macht. Aber dadurch, dass hier quasi nichts passieren kann, ähm, dadurch, dass nichts passieren kann, äh, probieren wir es einfach mal. Z-Crime, wie viel hast du ungefähr für die Box und die Buttons bezahlt? Momentan, äh, für die Sachen, die noch kommen und Box und Folie und alles, äh, 110 Euro. Genau, 110. So, jetzt gehen wir mal in das Spiel hinein. Machen wir voll wieder Spielaufnahme. Zack. Und werde mal gucken, ob er das auch gleich macht. Ach, hier, seht ihr Leute, was gerade passiert ist? Er schaltet die Lichter alle durch. Ohne, dass ich hier was mache. Das liegt daran, weil ich nämlich vergessen habe, äh, statt, äh, weil jetzt, jetzt ist momentan der Repeat-Modus an. Und er schaltet jetzt die ganze Zeit durch. Jetzt könnte ich quasi umschalten. Ja, ihr hattet recht, auf jeden Fall klappt es. Äh, es klappt auf jeden Fall, äh, also, so ist die Schaltung schon mal gut. Hast du recht. Also, ihr schaltet auf jeden Fall was. Das ist schon mal sehr schön. Ja, aber so bringt uns das natürlich nichts. Warte mal, dann gehe ich mal wieder so rum, weil Repeat, das muss ja nicht unbedingt sein, dass ihr die ganze Zeit durchschaltet. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal das Config-Tool öffnen. So, Spielaufnahme mal kurz rausnehmen. Das Arcade lesen. Also, ich habe mir so gefallen, wenn man das tatsächlich, äh, äh, schließt und neu liest, anscheinend klappt das besser. Hier haben wir, ja, hier, das ist hier Repeat, das ist natürlich nicht so schön. Äh, Rising Edge, das ist jetzt quasi dann Falling Edge. Aber, hat er dann eigentlich alles gerade richtig gemacht? Hat er dann eigentlich alles gerade richtig gemacht? So, beschreiben. Jo, Vorsichtshalber. Oh, haben wir das von I genannt? Bildschirm-Modus aus, Spiel-Modus an und zack, gehen wir mal rein. Äh, was machst du? Game of Craft fragt gerade. Tja, lass dich überraschen. Asche, vielen Dank für die Auskunft, klingt echt interessant. Äh, Mist, jetzt habe ich das gerade gar nicht mitbekommen. Ein, äh, Arduino. Arduino, genau, wird das nicht sein, da nur der Leonardo mit dem PC über die Joystick bibliothek als Tasten-Emulator programmiert werden kann. Forrester, anscheinend hast du ein bisschen Ahnung. Anscheinend mehr als ich. Also klar, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also, das Arcade ist, weiß ich nicht, äh, das einzige. Martin, herzlich willkommen. Und Regenbogen, herzlichen Dank für eure Abos. Also, ach, warte mal, dann schalten wir das mal ganz kurz durch. Aber das ist genau andersrum, wie ich es jetzt eigentlich haben wollte. Habe ich das denn jetzt richtig gemacht? Weil, wenn ich jetzt drücke, soll er eigentlich durchschalten und jetzt quasi, okay, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, quasi muss das genau umgedreht sein. Das heißt, genau, das heißt, er muss jetzt genau andersrum sein. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Was wir hier machen müssen. Arcase. Bildschirmaufnahme. So, ähm, lesen wir das Ding erstmal und schauen, was wir hier falsch gemacht haben. Rising Edge. Achso, das ist ja auch immer die Frage, ist es ein Öffner oder ein Schließer, ne? Das ist halt immer so ein bisschen, immer halt so die Frage. In welcher Position ist es tatsächlich dann? Gibt das irgendwas, irgendwie Sinn, was ich hier erzähle? Äh, ich hoffe zumindest, dass ich mich nicht ganz zum Affen mache. So, was hat eine Asche vorhin geschrieben? Müssen wir nochmal ganz kurz hochkuckeln. Äh, sieht nach, nach dem, ach genau. So, also, auf Ebay gibt es, äh, fünf Schalter für drei Euro. Also, ne, ich habe tatsächlich, ähm, mir Schalter gekauft, die noch ein bisschen günstiger sind. Also, ganz kleine Schalter, die ich für, für Liftachse und so weiter nehmen werde. Äh, die, da kosten fünf Stück 1,50 Euro. Mal gucken, ob die was taugen. Allerdings auch ohne, ähm, ohne, ohne, äh, LED oder ähnliches. So, habe ich jetzt beschrieben? Ja, habe ich. So, sichern, machen wir. Zack, speichern, fertig. So, jetzt gehen wir nochmal in das Spiel rein. Und hoffentlich, äh, ja, dann sollte es jetzt eigentlich passen, weil wir haben das jetzt genau umgedreht gemacht. Aber dafür, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt schalten wir einfach mal alles durch, was wir bisher haben. Jetzt machen wir einmal den Motor an. So, und deaktivieren die Handbremse. Zack. Und werden jetzt mal das Abblendlicht anmachen. Hey, ohne Scheiße, ich freue mich so, dass das funktioniert. MB Attack Freak, moin, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für dein Abo. Ach ja. Aber tatsächlich, also man kann hier, äh, also was ich schon gesehen habe mit einer Case, äh, ist auf jeden Fall, ähm, Joysticks anzuschließen, Potentiometer und, und, und. Ähm, und theoretisch über den Poti könnte man sich ein eigenes Lenkrad bauen. Das habe ich nicht auch schon gesehen, dass jemand das gemacht hat. Total interessant. Ähm. So, jetzt werde ich erstmal wieder, also, wir haben ein Arcade, was ich versucht auch im Titel, äh, ja, was ich auch im Titel erwähnt habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, uh, es gab viele neue Nachrichten. Hey Jonas, grüß dich und Markus, servus. Raising wechseln, genau. Wie gesagt, der Nightbot, den muss ich nächstes Mal ein bisschen, äh, ein bisschen stilllegen, dass er nicht so, nicht so spammt. Wie viele Arten von Arduino Boards, beispielsweise Uno, Mega, Leonardo, die werden, äh, in der Open Source Software, blablabla, programmiert. Okay, ne, aber ich habe gehört, das ist ein bisschen, ähm, 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 umständlicher als jetzt hier beim Arcade, aber gut, wenn sich jemand damit auskennt, ist es natürlich wieder was anderes. Was wir jetzt machen werden, ist einmal den Kontakt hier lösen und werden, so wie das jetzt hier ist, einmal mal anschweißen, wollte ich gerade sagen, anlöten. So, und bevor ich nämlich vergesse, wie wir das gemacht haben, oben ist gelb. So, viel, 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 habe ich gehört, da unten wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen knapp. Oh, ne, das sieht wirklich nicht schön aus. Das sieht wirklich nicht sehr schön aus. Dann kommt er echt bescheiden dran. So, boah, qualmt das. Wo ist denn der Rauchmelder? Der ist dann ein bisschen weiter weg. Nein, nicht so schlimm. Ich habe schon gelernt, dass man es nicht unbedingt einatmen sollte, das Zeug. Ist nicht unbedingt gesund. Wie heißt die Lötstation? Die habe ich von Konrad gekauft, für ziemlich wenig Geld. Das ist die CD99. Ich glaube, kostet 15 Euro oder so. Ähm, recht günstig. Game on Craft, grüß dich. Ähm, ja, weil das, ich habe jetzt keine große Anwendung oder keine großen, ähm, Ansprüche auf sowas. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, äh, reicht mir sowas eigentlich erstmal aus. Äh, jetzt, psst, psst. Dann werden wir erst unten anlöten. Ja, unten wird es ein bisschen schwieriger. Äh, 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 äh. Schade, dass ich jetzt mein, 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 mein Greifzange, Zang-Dings nicht da habe. Schade. Ha, kriegen wir trotzdem ohne Probleme hin. Super. Genau, die Temperatur ist einstellbar. Und das hat man mir gesagt, also, ja, das wäre quasi so ein, ja, so Kompromiss aus ganz billig und kann man halbwegs was mit anfangen. Oh, liebe Leute, wisst ihr, was wir schon wieder vergessen haben? Jetzt haben wir uns tatsächlich vergessen, äh, Schrumpfstoff drüber zu ziehen. Ach, wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach einfach nicht. Ne, das machen wir jetzt wirklich, aber jetzt meine ich. So, schade, ey, man, eigentlich kriegt mich sowas auch auf, ey. Aber, naja, gut. Belassen wir es erstmal. So, jetzt werde ich wieder die Kontakte hier zusammenstecken. Und dann sollte das Ding eigentlich wieder laufen. Oh, ist noch ein bisschen warm. So, und jetzt spielen wir das Ganze jetzt einfach nochmal durch. Jetzt haben wir heute drei Stecker angelötet. Und nächstes Mal, liebe Leute, wir werden nämlich jetzt gleich aufhören. Da werden wir dieses wunderschöne Mikrofon hier. Diese Station kann ich schon mal ausmachen. Immer schön sauber. Ah, ist Gott sei Dank nichts mehr dran, aber... Doch, da ist noch ein bisschen... Ey, geh ab. So, jetzt ab. Nächstes Mal werden wir anfangen, das Mikrofon hier reinzubringen. Das heißt quasi erstmal die Taste... X gedrückt halten. Und zwar da würden wir dann ein Repeat reinmachen. Weil solange ich den gedrückt halte, soll der auch senden. Lasse ich den los, soll er aufhören zu senden. Da wäre quasi... Da ist dann so eine Repeat-Funktion wichtig oder sinnvoll, denke ich. Und dann werden wir erstmal, solange ich zumindest nicht die anderen Teile habe, quasi werde ich das über mein normales Mikrofon, dann meinen Sound im Spiel auch übertragen. Aber was ich dann eventuell noch vorhabe, tatsächlich auch hier den Sound von dem CB-Mikrofon in das Spiel zu übertragen. Quasi, dass wir das über eine andere Leitung machen. Aber das könnte für die Leute, mit denen ich dann fahren werde, ein bisschen komisch sein. Aber, na gut, ist so. Und gerade hat es geklingelt. Ich glaube, es kommen gerade meine Modellbausachen. Das wäre natürlich richtig witzig. Jetzt geht meine Frau gerade zur Tür. Aber erstmal werden wir nochmal ganz kurz, bevor wir den Stream beenden, ins Spiel reingehen. Und das werden wir dann... Warte mal, ich kann hier mal den Bildschirm ein bisschen... Wo ist der Bildschirm? Ach, nee. So, machen wir das einfach wieder so. Eigentlich Licht sollte aus sein. Quasi muss man immer die Bedingungen mal eben checken. Das machen wir eben auch nochmal kurz aus. Ah! So, ja, also, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute das Acase soweit... Na gut, ausgepackt war es schon. Jetzt seid kurz vorgestellt, was ist damit bisher möglich. Wir werden natürlich dann andere Sachen auch nochmal ein bisschen auschecken. Dann werden wir in Zukunft... Machen wir den Motor mal aus. Ich finde es so geil. Dann halt die weiteren Anschlüsse, wie halt zum Beispiel Fernlicht und ähnliches, auch noch anschließen. Den CB-Funk anschließen. Dann die kleinen Kippschalde, wenn sie ankommen, anschließen. Und die Box bauen, die werde ich wahrscheinlich... Beziehungsweise planen und dann auch bauen. Das werden wir auch alles machen. Also ich schätze mal, wir werden so... Vier, fünf Folgen dieser Serie machen. Und liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, bitte schreibt es später einfach in die Kommentare. Oder schreibt mich einfach bei Instagram oder Facebook an. Und sonst wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Samstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag. Und tropft nachher süß, wenn wir uns auch gucken. Nein, Quatsch, machen wir noch nicht. Wir werden erstmal nochmal alles ausprobieren. Also liebe Leute, einmal... Ich zeige euch mal aus eurer Perspektive. Ist das das Hinschluss? In Uhrzeigersinn wird er gedreht und der LKW springt an. So wird er wieder ausgemacht. Und so wird er wieder angemacht. Kann ich damit aufhören? Ist einfach total geil. Und den Schlüssel könnte man quasi dann auch abziehen und verstecken. Und die quasi die Befehle auch irgendwie verschlüsselt machen, sage ich mal. Weil zum Beispiel könnt ihr auch beim Eurotruck Simulator sagen... Oder geht das auf Alt-E zum Beispiel? Soll er den Motor starten? Sonst geht das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Theoretisch würdest du dann anderen Leuten quasi... Die Möglichkeit nehmen, selber wegzufahren. Aber gut, wer sich auskennt, ändert einfach quasi die Belegungen. Also ist das eigentlich Blödsinn, was ich erzähle. Dann ist das hier Handbremse. Passt auch, Leute. Handbremse gezogen. Man zieht auch tatsächlich dran. Das fand ich eigentlich so wichtig. Haben Bremse gelöst. Haben Bremse gezogen. Haben Bremse gelöst. Haben Bremse gezogen. So. Und das funktioniert hervorragend. Und hier schalten wir den Schalter ein. Mach dir das Licht an. Und das Licht wieder aus. Ey, es macht jetzt schon Spaß. Also wenn das dann quasi in so einer Box quasi, die wird... Ich schätze mal, das Panel an sich wird ungefähr eine DIN-A4-Seite groß sein. Ich werde erstmal damit versuchen zu arbeiten. Und mal schon mal gucken, ob das alles so klappt. Ja, und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir mal weitermachen. Aber ich schätze mal... So zwischendurch mal. Also ich schätze mal vielleicht Montag oder Mittwoch oder... Ich werde es auf jeden Fall wieder bei Facebook, bei Steam. Überall werde ich es auf jeden Fall ankündigen. Also ihr solltet eigentlich nichts verpassen. So, jetzt aber. Ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Samstag. Viel Spaß noch. Ja. Träub nachher süß für unsere Gurken. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann.